Ich hab mir gestern wirklich Sorgen um dich gemacht. Und ich konnte dich nicht erreichen, Shinichi. Tut mir echt leid dran, aber ich war so darauf konzentriert, Kit zu verfolgen. Der Magier unter dem Mondlicht ist ziemlich fit. Sogar der berühmte Shinichi Kodou hat Schwierigkeiten, ihn zu fangen. Oh, schönen guten Morgen, Arthur. Bin, bin schick dir auch.